Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 638 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Arbeit ist sehr ermüdend. Ich kann mich kaum wachhalten. Die Arbeit ist sehr ermüdend. Ich kann mich kaum wachhalten. So geht das auf keinen Fall. Das kannst du mit mir nicht machen. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Jetzt muss unbedingt ein Wunder geschehen. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Das ist mir zu kompliziert. Damit komme ich nicht zurecht. Ich kann ein Problem lösen, indem ich nachdenke. Ich kann ein Problem lösen, indem ich nachdenke. Ich kann ein Problem lösen, indem ich nachdenke. Ich erkläre dir genau, wie wir auf das Problem reagieren werden. Ich erkläre dir genau, wie wir auf das Problem reagieren werden. Ich erkläre dir genau, wie wir auf das Problem reagieren werden. Das ist mein Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um neu anzufangen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es ist unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin sprachlos. Es ist unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin sprachlos. Wo befindet sich in deinem Haushalt die Erste-Hilfe-Ausrüstung? Wo befindet sich in deinem Haushalt die Erste-Hilfe-Ausrüstung? Wo befindet sich in deinem Haushalt die Erste-Hilfe-Ausrüstung? Wenn ich in der Küche einen Kuchen backe, sind meine Kinder immer da, um zu helfen. Wenn ich in der Küche einen Kuchen backe, sind meine Kinder immer da, um zu helfen. Ich bin Steuerberaterin. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich bin so glücklich, dass ich endlich schwanger geworden bin. Ich bin so glücklich, dass ich endlich schwanger geworden bin. Ich bin so glücklich, dass ich endlich schwanger geworden bin. Darauf haben wir so lange gewartet. Endlich ist Oma aus dem Urlaub zurück. Wir freuen uns, sie wiederzusehen. Kleine Hunde und kleine Kinder passen gut zusammen. Jeden Tag erlebst du etwas Neues. Kleine Hunde und kleine Kinder passen gut zusammen. Jeden Tag erlebst du etwas Neues. Kleine Hunde und kleine Kinder passen gut zusammen. Jeden Tag erlebst du etwas Neues. Meine Arbeit ist meine Leidenschaft. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Meine Arbeit ist meine Leidenschaft. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Die Zahnräder stammen aus einer alten Industriemaschine. Die Zahnräder stammen aus einer alten Industriemaschine. Die Zahnräder stammen aus einer alten Industriemaschine. Dieses Bild kannst du für ein Passfoto nicht verwenden. Man muss beide Ohren sehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.